Ihr habt nicht unterstanden, dein Blitz gerochen. Das war kein Blitz. Oh, dein Blitz vom Fahren her. Naja. Scheiße. Na, schub erstmal alle. Naja. Bye. Das war so gut eben. Ja. Das hast du jetzt extra gemacht. Wieso kann ich doch nichts für? Wenn du so blöd bist und da durchfährst. Eine Banane. Fuck. Warum schreit der Yippie? Was ist denn los? Hat der Pipi oder was? Seinen eigenen Bruder zerstört. Hä, was habe ich gemacht? Gar nichts. So haben wir nicht gewettet. Ne, wieso nicht. Fuck. Darum. Du fährst doch eh gleich da irgendwo gegen. Oder auch nicht. Hä? Achso, ich wollte schon sagen, wann hast du mich denn überholt? Da war das ja noch gar nicht. Scheater. Scheater. Ne. Doch. Wenn du da überall rüberfährst, bist du ein Scheater. Da würde ich kein Item bekommen. Schlecht. Ja, ja, ja. Noch Sinn. Nix. Verdammte Scheiße eben, ehrlich. Nein. Nicht, aber wieder runter. Wo? Wo kommen die beiden Affen denn schon wieder her? Aus der Liebe. Setz Pilz ein. Die kriegen dich. Scheiß Pisser, echt. Ja, schüttel du Arsch. Der war nicht für dich. Nee. Der für wen denn sonst? Ist das für mich? Ja. Für wen denn sonst? Ich dachte, wir sind Freunde. Nein, sind wir nicht. Wo denn? Seit wann? Dann sind wir beide auch scheiße. Nicht in dem Spiel. Nicht? Nein. Da sind wir keine Freunde mehr. Erstmal. Na. Na, da kriegst du. Hä? Na, egal. Ich hab den vorher noch eingesetzt. Ich hab den vorher jemand anders bekommen, dann. Richtig mies, das Ding. Also, da können sie dir gleich Blitz geben. Fuck. Nur, weil er so scheiße runtergerutscht ist, der Arsch. Yippie. Ja, du Bastard, Wario. Fick dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ja, Wario. Ist klar. Ihr Fress. Oh, du hässiger Pisser. Rammt er mich auch noch? Ja. Äp. Und. Tschüss. Den, 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 den. Ist das dein Ernst, Donkey Kong? Warum hab ich Peach eben nochmal getroffen? Was soll denn der Scheiß? Weiß ich doch nicht. Geh weg. Bin ich Schwarzager? Nein, Schwarzager bist du. So, Jungs. Kann irgendeiner von euch fressen. Ich bin total auf der Pelle. Hat der einen Stern. Hat der einen Stern. Schon wieder, meinst du? Hat der einen Stern. Du bist ein Star, Centus. Nö. Nö, nö. Grrrr. Hm. Flash. Schmecker, Schmecker. Beherrsch dich doch mal. Vielleicht sich auch nicht beherrschen kann, ne? Und tschüss. Warum fällt er da rein? Der ist doch dran vorbei. Ich hasse sowas, ne? Diese Scheiße immer. Oh, jetzt muss ich ganz da gucken, ob hier nicht so ein Ding ist. Nö. Bitte liegt nichts in der Kurve. Bitte liegt nichts in der Kurve. Und nach hinten, das ist das Ding. Meine Güte, ey. Ja. Ist klar. Oh, das hat er noch getroffen. Din, din, din. Ah. Nichts mehr kommen. Und. Oh, mein Gott. Hau ab, Wario. Oh. Ja, was soll der Scheiß denn jetzt? Oh, 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 oh. Oh. Das war ein ganz normaler Berg, wo ich eigentlich langfahren hätte können, aber nö. Halt's den Maulflash. Halt's den Maulflash. Willst du Centos auf der Ersten sehen, musst du die Tabelle drehen. Fick dich, du Arsch. Vor allem, der hätte auch langfahren können, aber nö, was passiert, der fällt da runter. Irgendwie war das ja durch den Übergang von der Bergkante getroffen hast. Nein, hab ich eigentlich nicht. Als Maulias. Komm, kannst du ja zurückspulen und in Slow. Ah, fick dich. Ich mach da keinen Slow-Motion, du Arsch. Nee, das ist doch zu auffällig, weißt du. Oh, guck mal, da sieht man mich nochmal so in Pilz reinrauben. Das ist nicht auffällig, aber du bist behindert. Nee. Doch. Geh. Ah. War das nicht die Strecke mit diesem komischen Abgrund da? War's ja nicht. Ja, okay, wenn du schon weißt, ich nicht, dass das stimmt, dass das nicht. Was ich doch nicht. Was soll der Scheiß denn? Ich hasse Bowser, ne? Ah, geil, ich hatte volle Musik hier. Nein, nervige Musik. Boah, hey. Hi, Jungs. Hab was für euch. Centus hat einen Stern. Centus hat einen Dritter. Was denn? Die waren eben alle auf dem Haufen. Okay. Bowser hab ich weggahnt. Weil ich Bowser getroffen hab. Moshi, wir können ja Freunde werden, ne? Bleib mal bitte zwischen mir. Oh, was kommt denn da? Steine. Fuck. Da sind ja alle mit hier. Der Gierige. Scheiße, warum? Vor allem, ich hab... Ich war noch neben dem Moment, einmal bin ich hinter dir. Das ist... Was haben die eigentlich bei der Programmierung falsch gemacht, frage ich mich. Nix. Nein, nix. Überhaupt nix, ne? Sagst du, weil du erster bist. Boah, ne, bin ich nicht. Bist du wohl, du Spinner. Ja, hinter mir sind die beiden Lutschpuppen. Die beiden Lutschpuppen. Und du bist behindert. Weil es ist ja schon nicht schlimm, dass sie ein Spiel zusammen haben, Yoshi und Mario, ne? Oder dass... Ich sag das jetzt mal harmlos ausgerückt, dass Mario, Yoshi reitet, ne? Aber die beiden Pappenasen hab ich immer vor mir. Tja. Passiert, ne? Was denn? Warum lachst du denn jetzt so? Passiert, ne? Weißt du, gönnt doch mal Todd auch ne Runde. Nein. Todd hat auch schon ein eigenes Spiel jetzt. Also stell dich da nichts an. Nein! Das Level ist kacke. Level ist eigentlich ganz interessant. Man kann nicht so rausfliegen, aber... Das Level ist kacke. Das ist voll das Kuschel-Level. Das Level ist kacke. Wenn ich sag das Level ist kacke, dann ist es kacke. Freundschaftsanfrage auf Facebook. Hier, bitteschön. Hier, Yoshi auch ne Freundschaftsanfrage. Nein, hallo. Oh, ernsthaft. Yoshi wollte keine Freundschaftsanfrage von mir. Nee. Nee. Guck mal, wie viele Bananien da vor mir liegen. Tja. Ja, aber ich... Weil ich die hinteren getroffen hab, deswegen. Hat Yoshi irgendwas gequabbt. Komm, tauch wieder ab. Fick dich, Mario. Am Arsch, du bleibst weg. Ich bin fleisch. Ja. Das ist so wie beim Tennis. Ja. Oh, Mario, du Pisser. Der ist schon wieder in mein Panzer rein. Vor allem, ich hau ihn weg. Äh, lol. Und der holt mich so schnell wieder ein, ne? Das ist nix... Das Level ist nix für mich. Oder eher gesagt, der Kapp diesmal. Näh, ach. Das ist nix für den Panzer getroffen. Tschüss. Nein. Das war doch gut eben. Fuck. Nix bekommen. Gut. Bin scheiße gerutscht. Wenn du nix bekommen hast. Aber ich dafür. Komma. Hi. Na, ihr beiden Süßen. Hallo, Spasti hinter mir. Oh, ich will Bananen. Noll. Vor allem wollte ich eigentlich mit Bremsen drücken, gespringen, drückte Sprungtaste. Hab ich auch gedrückt. Oh, Delay, Delay, Delay. Hier ist kein Delay. Warns, Peter Wurst. Krieg ernstigst mit Kriechen? Erster. Aha, gönn ich dir. So lange die beiden Spakus dann nicht erster werden. Boah. Oh mein Gott. Und das in der letzten Runde. Ganz kurz vorm Ziel, ne? Ja. Oh Mann, ey. Oh, guck mal. Das Level geht in die Runde geht schon länger. Na gut, wir haben einmal gefällt, ne? Ja. Wir haben einmal missgebohrt. Ja. Trotzdem bin ich dritter. Könnte mich noch irgendeiner einholen? Ne. Trotzdem bin ich dritter. Ne, ist gar nicht gesagt. Wenn du vierter wirst und... Ja, jetzt bin ich dritter, du Affe. Hä? Jetzt bin ich gerade dritter. Ja, jetzt. Aber du könntest noch vierter werden. Vierter. Dankeschön. Dann stehst du wie Peach abseits. Am Arsch. Der ist voll nett zu mir, ne? Der Pisser. Ich dachte, wir wären Freunde hier. Aber du hast gesagt, nö, willst du nicht. Ja. Also? Wir und Freunde, ne? Hm? Also spielen wir keine Freunde. Nein. Weil du mich doch eh verarschen würdest. Also, sag ruhig. Nee. Klar. Oh, ich will wenigstens ein Ding haben. Spasti, hau ab. Das hast du aber auch immer, ne? Ja. Irgendwie ja. Scheiße. Bitte, bums. Bitte, bums nicht. Dafür sind Freunde. Nein. Nee, sir. Der kommt immer mit der gleichen Leier an. Boah, dieser scheiß Rasen hier, ne? Weißt du, du frisst die ganze Zeit meine Brüder auf. Oh, Yashi, du Pisser. Schon wieder. Brauchst du doch nicht, du Arsch. Du hässiger Mongo. Hier, da niemand mit mir Freunde sein wollte, ne? Schicke ich euch jetzt immer schön eine Facebook-Anfrage auf Facebook. Hier, bitteschön. Pisser. Hat er mich doch noch getroffen. Ja, Mario lässt er in Ruhe, ne? Das ist liga Vogel. Ja, sie konnte ihn überholen. Das ist liga Vogel. Sechster bin ich jetzt. Grab die, grab, grab, grab. Na, was soll der Scheiß? Warum krieg ich hier nix? Ja, ist klar. Ja, lass die mal nicht abbremsen können. Nein, überhaupt nicht. Ich hasse das gerade, ne? Wie die Pest. Ein Flash ist ein Arschloch. Nee. Doch. Du wolltest meine Facebook-Anfrage an die annehmen. Halt's, Maul jetzt. Du stinkst. Schon wieder nix bekommen. Und Vollachter. Es kann sich noch alles wenden und drehen. Ja. Verarschen kann ich mich selber. Boah, ja, Mario hat's Maul. Nur weil du mich überholt hast. Guck mal, Mario. Guck mal, Mario, du wartest jetzt. Nein, 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 nicht. Geh weg. Oh, oh. Heiße Kartoffel war da gerade. Heiße Kartoffel? Ja, oh, da kam mein eigener Grüner wieder. Ja. Ich bin Achter, auf jeden Fall. Komm, auf jeden Fall Achter durch sie. Diese Scheiß-Steuerung manchmal hier. Hinter mir. Äh. Äh. Ah, da liegt die... Hä? Philipp Stern kriegen. Irgendjahr hat noch einen Stern bekommen. Ja. Eine Banane für die Menschheit. Nein, danke. Boah, siebter am Arsch. Meine Bucke. Vor allem, du hast Pilz, aber... Überholt's hier nicht mehr, ne? So wirklich. Sechster. Schöne Scheiße. Na, komm, ja. Meine Güte, ey. Scheiß Level. Fand ich ganz gut. Scheiß Cup war das. Schöner Cup. Scheiß Cup. Wann denn unsere Runden? Obwohl, du hast eigentlich eine gute Runde gefahren, die letzte. Nicht wirklich. 43 Sekunden. Trotzdem Kacke. Sei aber froh, du wirst noch vierter. Mhm. Und sterb, sei es. Bah. Och, Kea Centus. Jetzt, für dieses Ding hab ich eine super Einblendung. Dann mach ich hinten einen Pfeil mit Cent. Machst du gar nicht. Forever low. Machst du gar nicht. Ah, ich muss überlegen. Machst du da keine Einblendung? Du alter Pisser. Ich hasse dich. Guck mal, jetzt guck dir mal die Matz an, wenn ich da hinten einen Pfeil machen würde. Forever low. Du lässigenscheiß, du Arsch. Hässlicher Affe. Aber das findest du gerade auch lustig. Nein, find ich gar nicht lustig. Guck mal, mir kann auch alles passieren. Mhm. Ah. Guck mal, ich bin auf dem letzten Cup auch nur zweiter geworden. Ja, schön, du bist zweiter geworden, du Arsch. Sieben Minuten länger gebraucht. Ja. Du kannst nicht singen, hör auf, hör auf, hör auf den Maul. Ja, ich kann super singen. Call Quatju Fucker. Na. Congratulation. Na gut, Leute, aber damit würden wir sagen, bis zum nächsten Mal bei MarioCart64 mit dem Flash. Mit Centus. Tschau, tschau. Ja.